So Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Masterbilders. Dabei ist heute der Diox. Ja, Hallöchen, Mrs. Klaus. Mrs. Klaus? Was? Ist das die Frau vom Weihnachtsmann? Ja, würde ich sagen. Weihnachtsmann in weiblich. What the fuck? Ich kann ja mal googeln. Also jetzt nicht bei Bildern, aber Mrs. Klaus. Ja, ob da irgendwas anderes mit gemeint ist. Ich gucke auch lieber nach. Ja, also bei Bildern kommt einfach eine... Wow. Okay. Guck dir einfach mal lieber bei Google Bilder, dass es Klaus an, wie die aussieht. Ja, bevor man hier... Das ist jetzt nicht so eine Weihnachtsfrau. Also schon ein bisschen, aber ach, kein Plan. Kein Plan, irgendwas hinsetzen. Ja, wir haben auch nur eben eine Aufnahme bei dem Michi gemacht. Also auch unten in der Beschreibung direkt verlinkt. Schaut vorbei. Dort haben wir auch tolle Sachen gebaut. Ice-Skating. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Ice-Skating, genau. Hashtag Spoiler. So. Okay. Und dass man als Untergrund Schnee gibt, es nicht mal als Untergrund... Also, Mann, ist Quatsch. Ja, ich mache Eis, glaube ich. Ja. Ja. Rot- und weiße Wolle ist, glaube ich, so der Hauptbestandteil, den ich hier brauche. Ja, ja, genau. Also das wird ähnlich sein. Ich überlege hier gerade mal den Abstand. Ja, wir sind auf jeden Fall zwei Künstler auch am Berg. Das möchte man direkt vorwarnen, damit ihr nicht traurig seid, dass ihr nicht so schön baut wie wir. Da Vinci und Picasso. Jahre lange Übung steckt da drin. Also, das ist von den Profis. Oh Gott, ich weiß jetzt schon, dass das potthässlich wird. Ich auch. Einfach, weil ich zu einer Person bauen muss. Ja, Personen zu bauen ist einfach scheiße. Ja. Das stimmt natürlich. Das hat man eben schon bei deinem Machine-Figur gesehen. Das ist, Gott, so. Ich habe aber eine kleine Idee, mein, so ein bisschen. Das ist klaus, Alter. Kein Plan mehr, das ist. Aber noch nie gehört. Nee, aber ja doch, dass es sie gibt, das weiß ich. Also, das ist so. Eigentlich. Hat's eine Affäre mit dir, oder? Scheiße. So, Leute, ich muss einen kleinen Cut setzen, weil die Oxen ein bisschen zu viel geredet hat. Hey, das sieht gar nicht so schlecht aus, den Anfang, den ich jetzt gemacht habe. Ja, ich sag lieber nix bei mir. Ich gewinn das easy. Ja, so wie eine neue Spoiler. Oh. Dann lässt du mich die schön selber rausfinden. Ja, ne? Ist ein Rätsel. Ein Rätsel, ein Rätsel. Ja, keine. Ich baue einfach. Ich baue einfach und ich hoffe, dass es schön wird. So, direkt hier durch. Okay. Man muss immer die Zeit im Auge behalten, sonst wird das echt zu knapp. Ja, aber das mach ich nicht. Am meisten macht mir eigentlich die Bewertungsspaße, äh, ja, Sparte, die Bewertungsphase macht mir deutlich mehr Spaß immer. Wenn man da immer so grauenhafte Sachen sieht. Aber wenn meins kommt, dann... Ja, dann, dann, dann... Failure. Failure? Ich hab mich oft vor, ob er eigentlich müsste. Ja. Ja, es ist... Was, 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 was... Die Proportionen sind, glaub ich, grauenhaft bei mir, aber... Ich hasse es. Wie soll man Arme auch bauen? Das ist einfach... Weißt du mal nicht, was ich als Hautfarbe so ganz benutzen soll? Also... Sie ist einfach rot bei mir. Martin, warte, ich glaub, es gibt irgend so einen Ton, den man, der relativ so aussieht. Ja, der weiße, gefärbte Ton sieht ein bisschen hautfarbig aus. Aber ich hab sowieso kaum Hautfarbe, weil die ja auch... Raumhaut hat sie... Also gezeigt hat, soweit ich weiß. Kaum Haut gezeigt, ne? Okay. Ähm... Leute... Ich hab noch anderthalb Minuten, ich hab so wenig geschafft. Ich auch. Ja, was willst du sagen? Ja, ich, 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 ich komm nicht voran. Null. Ja, ich auch nicht. Ich hab jetzt die Beine und so ein bisschen rumrum was. Ich baue jetzt hier einfach... Ist irgendwas in die Hand rein, noch? Ist irgendwas trackt? Viel zu groß. Viel zu groß. Ja. Das ist ja gleich viel eigentlich. Das wird echt knapp bei mir. Mal gucken, ob ich das schaffe. So, oh Gott. Ist hier eigentlich ein Höhenlimit vom Bauen? Weißt du das? Ne, gute Frage. Weiß ich nicht. Ja, das... Also, das wäre interessant zu wissen. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Grundstück hier von... Einfach endlich hoch ist. Oh, hier noch eine Minute. Alter, ich schaff das nicht. Ja, auch nicht. Scheiße. Okay, jetzt musst du hier mit Speed bauen. Jetzt schnell Timelapse reinbeerlanden. So. Bis schnell darüber kommen. So. Zack, komm, komm, komm. Ich mach jetzt einfach hier Ende vom Oberteil, auch wenn das ein bisschen... Alter. Das Face von der auch. Oh Gott. Ich glaub, der wird mein... Meine Santa Claus wird kein Gesicht haben. Alter, das ist gerade... Scheiße. Das ist das Schlimmste, was ich je gebaut habe. Also wirklich, das ist... Das würde ich mal behaupten. Ich glaub, da hatte ich schon schlechtere Sachen. Nee. Aber jetzt, wo ich die Brüste von dir gebaut hab, würde ich auch sagen, das ist das Schlechte, weil ich es hier gebaut hab. Also... Also... Das ist ein Failure. Ich glaube nicht. Safe. Was? Was? Warte, ich muss erst mal auf den Monitor gucken. Es ist... Hatten wir das falsch verstanden oder haben die was falsch verstanden? Äh. Der hat was... Der hat einfach einen Computer gebaut. Der Typ hat einfach einen scheiß Computer. Ich versteh's nicht. Also ich hoffe mal... Hä? Nee, wir haben es nicht verlesen. Okay? Oh no. Warum kommt meins als zweites? Also es tut mir leid, aber das ist... Eigentlich mal Eisaubleeding. Es hat keinen Kopf. Ja, es hat... Er wird explodiert das nicht. Oh, Glück gar nicht. Wuhu. Aber meins ist... Meins ist mal Eisaubleeding. Ey, das ist... It's okay, find ich. Ja, das ist... Nö, das ist... Gut. Ich weiß, wenn das von dir ist, dann ist es nicht so schlimm, wie du gesagt hast. Nö, das ist nicht... Auch wenn der Mund ein bisschen... Ja, aber der Kopf ist ja klein. Also ich hab gut. Ich hab sogar gut gegeben. Das ist echt nicht schlecht. Füße? Nö, das ist geil. So ein Kleidchen. Hättet ihr aber kleine Brüste gehabt dafür. Was ist das denn schon wieder? Was? Hä? Was steht da drauf? Wolverine. Was ist mit denen los? Der eine bot dem Computer, der eine macht... Wolverine. Ich weiß. Häsend. Auch ein Diamantblock als Untergrund. What the fuck? Das ist häßlich. Oh. Das ist dein... Ja. Du hast dir gesagt, du packst dir was in die Hand. Du darfst mal alles ab die Idee geben. Ich hab gar nichts dagegen. Die Augen sind einfach oben in der Kopf. Ja. Und was hat denn dann das? Die Olympia-Fackel? Irgendeine Fackel. Da sollte irgendwas Individuelles daraus sein. Ey, was ist das? Das ist breiter als der Tür. Mrs. Claus ist dick geworden. Steht im Club und passt auf. Ja, sagen wir mal. Man, der weiß ja auch nur unten rum. Aber... Ja, nee. Wenn's nicht fertig ist, geb ich immer mal Eis ab, die denk. Ach so. Ach so. Wenn man fertig ist, dann ist man auch so... Oh. Okay. Ähm... Oh, meh. Es sieht nicht so aus wie Mrs. Claus. Es ist... Es ist... Mrs. Claus... Die... Die Creeper-Waterland. Also so ein bisschen Creeper-Face. Okay. Beast. X the Beast. X Beast. Das ist alles... Ja, okay. Das ist... Hier, Ariel, die Merkvorderung. Nur nicht was zu gut da. Aber... Also, das finde ich echt nicht Thema getroffen. Also, oder? Ja, also... Ja, meh. Ja, meh. Ist es ein Mensch? Vielleicht ist ja in ihrem oder seinem Land Weihnachten blau. Kann sein. Kann sein. Ja, weißt du. Oder sie ist verabredet. Das kann auch sein. War mir einfach Blaussachen angezogen. Okay. Ja, war klar. Ich bin einfach mal dritter angekommen. Dritter sogar. Mit wieder drei Punkte mehr. Aber dieser Number-Doc hat gut Punkte. Ja, also... Das ist auch das Beste mit Abstand gewesen. Also, das muss man einfach sagen. Ja. Schön, das Ding. Ja, das ist wirklich auf jeden Fall gut getroffen. GG. Ja, GG. Äh, ja, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Denkt dran. Eine Folge gibt's noch bei Michi. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Ciao.